Panzer, Panzer Luftabwehr, Luftabwehr Bombard, nehmen wir noch mit Quorum auch immer Schick los Hm, da oben ist gar nichts Wie toll ist das denn? Hallo? Ach der ist schon zugewiesen Deswegen kann ich sie nicht wieder Ach Ihr wollt mir doch alle verarschen Ja, du hast es erkannt Und ihr lasst euch ein wenig kaputtschießen Ja? Macht schon Spaß, ne? So einfach so vom Feind ein wenig Beschießen zu lassen, ohne zurückzuschießen Das ist so ganz besonderes Gefühl, ne? Mauern Sprengen wir in die Luft Ach, mir egal Kann ich da hinfahren Kann ich da hinfahren? Nein Ist also nur interessant wenn man so Luft Kissen Was? Oh mein Commander ist getroffen Achso Naja, schöne Raketenbatterie gebaut Hat doch auch was Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen Jetzt bauen wir Bauen wir noch so ein Ding dahin Irgendwo Irgendwo hin So Bauen wir gleich zwei Oh Gott Oh Gott Das wird doch nichts Sehe ich jetzt schon, dass das nichts wird So, sind sie jetzt... Oh, sind sie kap... Was, so schnell schon? Ey, hab ich euch nicht losgeschickt? Was soll der Scheiß? Warum stehst du immer noch da hinten rum? So, die schicken wir alle irgendwo da rauf Wenn ich sie los bin Konstruktion abgeschlossen Da sind nicht alle in der Basis rum Rumeiern Das ist ein Chaos da immer Schlimm So, los geht's Wir fahren weiter, Jams Eilig Will ich es so noch schaffen heute Wie spät ist überhaupt? Ja, egal Wir haben noch Zeit Und was? 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 Was war das denn jetzt? Auf was hab ich geklickt? Oh mein Gott Konstruktion abgeschlossen So, na also Wie lange brauche ich meine Luft an? Ja, das Bord dauert auch viel zu lang Viel Zeit haben wir nicht Wir fahren schon mal los Blasen, da ist aber so paar Ganz gefährliche Herrlich, wie sie immer die Berge reinschießen Und der Feind da immer teilweise einfach durchschießt Kann das sein? Dass der Feind einfach so durch Cyborgs durchschießen kann? Äh, durch Cyborgs Ja, der Feind kann durch Cyborgs durchschießen Ich meine durch Gebirge Oder Hügel Kleine Hügel Berge Erhöhungen Sag ich jetzt einfach mal Oh komm, da kommen sie schon wieder Und dann fuck lasern Ja, lasern 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 Ich meine viel schneller Mit einer Gemütlichkeit fährt der Gegner immer auf Das ist der Wahnsinn Pfff Oh Gott Oh Gott Oh Gott, ja, Gott Was ist Gott? Oh Kotze Oh Kot Oh Kot Oh Kondomination Ach was weiß ich Ich laber Ich laber wirklich nur Mist am laufenden Band Oh das hat schon was Und so viele Raketen auf einmal Ach, schon wieder die Cyborgs Ich hasse euch Warum sterbt ihr Kinderspielzeug Puppen Was auch immer Mehr seid ihr doch gar nicht Ihr seid völlig bedeutungslos für mich Meine technische Überlegenheit ist so überlegen Das ist Es staubt sogar mich immer wieder Na, war doch ganz einfach Ich hab nicht mal Einheit verloren gehört Ha 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 Irgendwie ist das langsam zu ein Einfach Verstärkungen sind eingetroffen Ah, Verstärkungen Ausgezeichnet Oh halt, Moment Da ist ja Eine Einheit dabei Die ich War das der Richtige? Ja, es war der Richtige Gott, bin ich Guuuut Irgendwie ist die Missionssau einfach PUSCH Atombombe, du bist tot Ja, hast verloren Mach alles nochmal Verdammt So, wo ist jetzt mal guter Commander? Zugewiesen am Commander Ich glaube, ich habe es gerade eben die Einheit in Kommande zugewiesen. Also irgendwie habe ich so Gefühle, ne? Ich habe da ein ganz komisches Gefühl in der Hose. Äh, 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 ne, ich glaube, das ist etwas anderes. Oh, meine Einheiten bündeln sich wieder breitflächig vor den Gegnern. Geil, die Hütten ballern sich im Grunde am Boden. Aber den Panzer, ne, der steht hinter der Blechhütten, Holzblechhütte da. Geh, sterben. Ihr habt mir doch gar nichts entgegenzusetzen, ihr Schwächlinge. Aber halt echt über... Uh, 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 Lenzel. Komm, wir ziehen uns erstmal ein Stück zurück und machen mal ein wenig Platz hier. Ach, obwohl... Wieso alle die Mauern voll beschießen, das ist doch einfach nur göttlich. So, jetzt fahren wir alle mal ein Stück zurück. Zwei Kilometer entfernt, wenn die Luftabwehr anvisiert. So, Mauern wegmachen, dann werden wir Platz haben. Mauern weg, habe ich gesagt. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss... Ach, schon wieder diese scheiß Cyborgs. Könnte niemand anders auf die Nerven gehen. Feindliche Basis entdeckt. Ach, wie überraschend es da eine feindliche Basis ist. Verblüffend. Ha, komm, mach diese Holzblechhütten da kaputt. Mach da auch noch kaputt, komm. Könnte ich sie eigentlich gegenseitig treffen und zerstören? Wahrscheinlich, ne? Ja, wir töten uns gegenseitig. Sonst ist es jetzt zahllangweilig. Kann ich da raufschießen? Ja, okay. Wir greifen von unten an, dieses Mal. Nicht von oben. Kann ich sie auch noch treffen? Ja, geil. Okay, bringt mir jetzt zwar mal überhaupt nichts. Ja, das ist wirklich, was eine Luft dafür ist, ne? Ja, dann. Oh, der Turm. Bring das, was euch die Türme platt macht. Bring dem Gegner diese Türme was. Wahrscheinlich sind die dem scheißegal, denn er sieht eh wieder alles. Ich kenne, wo es ist. Wahrscheinlich wie ein Quake, wo die Bots 360 Grad Sicht haben. Ein Quake-Treiber. Oh Gott, nein. Oh, fantastisch. Hopf, fahr da mal aus dem Weg. Oh, du sollst da rüberfahren. Geil. Einfach nur geil. Okay, ich muss das anders machen. Aber du kannst ja nirgends mal was bauen. Ey, auf den riesen Schlaglöchern kann ich was bauen, aber auf der schönen gerade Ebene, ne. Das kannst du ja mal vergessen, dass du da was baust. Aber sowas von kannst du das vergessen. Habe ich irgendwelche Einheiten verloren? Nein, boah, ich bin so überlegen. Meine Vernichtungskraft ist dem Feind einfach... Ich gebe dem Gegner jetzt erst mal 20 Minuten Zeit, wegen... ...aufzurüsten oder so. Keine Ahnung, wie spät ist denn? Gleich sieben oder schon wieder, aber komm. Oh, egal. Äh, Geschwindigkeit ist normal, gut. Jut, jut, jut. Warten wir noch auf die restlichen Einheiten da. Naja, lieber nicht. Wir greifen schon mal an. Hey, sie fangt ohne uns an. Das ist gemein. Wir wollen auch was. Da macht man die Mauern da weg. Die Mauer muss... Ah ja, das hatten wir schon. Es ist auch auf Dauer scheiße, wenn ich immer wieder dasselbe sage. Was ich sowieso irgendwie mache, oder? Zählen wir mal dasselbe, oder? Zähle ich mal was Neues? Mach mal den Panzer kaputt. Jetzt wird er alles treffen, nur den... Oh, Flammenwerfer! Und ich fahre direkt da vorne hin. Ja, weil ich hier nicht sehe. Geil, ey, scheiße. Äh, muss ich den eigentlich zerstören oder einnehmen? Äh. Okay. Wir oberen ihn selbst. Wir machen einfach alles kaputt. Und was schießt denn da... Oh, die haben mobile Raketenbewerfer, oder wie sehe ich das? Na, geile Scheiße. Hm. Hm. Wie sich alle Schilder Neig heilen. Geil. Und ich verliere gleich Einheiten. Ja, und auch die gut beförderten. Ja, geil. Wie? Ich hab... Doch, ich hab eine Einheit verloren. Sie haben eine Einheit verloren. Sie sind ein Versager. Ich hab eine Einheit verloren. Ihr sollt doch da runterfahren, hab ich gesagt. Ihr macht's aber trotzdem nicht, ne? Na, war mir klar. Dann baue ich einen Lancer noch. Pff. Mir egal, wie ich eine Einheit verliere. Verlusten ist zu rechnen. 80% Ausschuss ist normal. Ich hab eine Einheit verloren. So, was ist mit euch jetzt? Seid ihr schon wieder alles repariert, oder was? Nö. Luftfahrwehr, die total nutzlos ist. So, was haben sie denn noch? Hm, hm, hm. Lancer, Flammenwerfer, Geschütze, Atomreaktor. Also, ich mach als erstes die Basis platt. Erforsch, was ich erforschen kann, wenn ich was erforschen kann. Und dann... Ihr das schön weiter. Was mach ich mal Produktion? Gut, dann kann ich da gleich den Lancer vorbeischicken. Lancer. Lancer. Lancer, schick los. Hier, wegen einer Einheit stehe ich den Transporter los. Ha, wie toll. Egal, scheiß drauf. Wir machen weiter. Die Mission machen wir noch fertig, auf jeden Fall. Dann werde ich jetzt mal wieder Pause machen. Ja, doch, ja, doch, doch, ja. Wird Zeit. Wird Zeit. Na komm. Mach den Turm platt und ich bin glücklich. Macht mich glücklich. Schieß den Turm an der Rakete rein. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hab zwar ewig die Einheiten, aber ich komm damit gescheit auf, ne? Hm. Okay, ich muss, ich muss ganz ruhig bleiben. Boah, mach mal die Mauern da weg. Das ist... Oh. Geh jetzt aber ab hier. Jetzt geht's ab. Oh, nicht den Atomreaktor kaputt machen. Den brauche ich doch noch. Oh, Gott. Und mein Commander fährt ganz nach vorne. Seid ihr bescheuert. Oh, Gott. Der fährt halt echt ganz vorne hin. Oh. Oh, macht das dann platt. Macht den platt. Nicht den Reaktor, ihr Idioten. Den brauche ich doch noch. Jetzt soll die Verteilungsgebäude platt machen. Zerstört Jahre den Reaktor. Ich warne euch. Ja, macht euch die Cypress kaputt. So, ich speichere jetzt besser nochmal. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Da auf jeden Fall nicht, glaube ich. Hoffe ich vielleicht. Möglicherweise. Macht die Fabriken. Klot. Klotet die Fabriken. Mein Deutsch ist aber... Artefakt wurde gefunden. Oh, geil. Artefakt. Was kann ich erforschen? Was kann ich erforschen? Hochgeschwindigkeitsgeschütz. Klingt interessant. Klingt schnell und so. Nehm ich. Oh, komm. Macht das Ding platt. Kann doch nicht so schwer sein. Artefakt entdeckt. Hörst du auf, das Ding anzuvisieren? Bist du bescheuert oder so? Sollst du die Geschütze zerstören? Zerstör die Geschütze! Die Geschütze und nicht die Reaktoren! Hör dir auf, den Reaktor kaputt zu machen. Ihr dummen Arschle hier. Hör dir auf! Feuer einstellen, Feuer einstellen. Ich hab gesagt, Feuer einstellen und da wegfahren! Sag mal! Hallo! Ihr sollt damit aufhören! Ey! Ich glaube, es hackt bei euch ein wenig. Artefakt wurde gefunden. Boah, Alter, sind die bescheuert. Sturmgewehr! Gas-Tubin-Generator! Sag mal! Wozu befehle ich euch überhaupt, da aufzuhören? Wenn ihr es doch sowieso nicht macht! Nein! Nein!